Hey huu, hier ist euer Hadi und nur eine kleine Info für euch, damit ihr euch nicht wundert. Es wird jetzt die nächsten Tage erstmal keine Videos geben, all dieweil ich nämlich ein paar Ideen für den Kanal habe und den bisschen... Hallo, ich rede hier. Naja, ich möchte den Kanal ein bisschen umstrukturieren, sowohl vom Optischen her, als vielleicht auch die eine oder andere inhaltliche Sache. Sieht dann so ungefähr aus. Ja, die lege ich selber nicht durch. Und sie wird auch weiterhin mit dabei sein. Also ich denke, ich bin Montag fertig, ich werde mich da voll drauf konzentrieren und deshalb kann ich erstmal, oder will ich erstmal keine weiteren Videos aufnehmen. Uh, Katzenmassage. Sag mal Hallo. Ja, wir machen es gut und ihr macht es besser. Tschüss. Danke. Danke. Danke.